Endlich wieder Showtime. Das war wirklich eine ganz tolle Spendakel. Und das war längst nicht alles. Weitermachen, weitermachen, weitermachen. Die nächsten Highlights warten. Wir haben nämlich den Magic Moment, die drei Tanzduelle. Und den Einzug in die Top 5. Ja. Let's Dance, Freitag 20.15 Uhr. Let's Dance, Freitag 20.15 Uhr.